So, dann hast du das Tor für unsere Mannschaft erzielt. André ist durch im Gegenzug aus 1-3. So, dann hast du das Tor für unsere Mannschaft erzielt. So, dann hast du das Tor für unsere Mannschaft erzielt. So, dann hast du das Tor für unsere Mannschaft erzielt. So, dann hast du das Tor für unsere Mannschaft erzielt. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Aaaaaaaaaaaaaaaaaa! Hey, ich spiel doch jetzt mit den Überzahlers... Ich spiel doch jetzt mit dem Überzahlern! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017